Und dann Moinzen zum Vorbericht zu unserem Spiel am Samstag, Topspielansetzung 18.30 auf Schalke. VfB 3 zu 0 Köln, endlich der erste Bundesliga-Sieg unter Bruno Labbadia und der war auch durchaus langsam überfällig. Ein solides 3 zu 0 gegen Köln, das nie so wirklich gefährdet war, war auch kein gutes Köln am Samstag, muss man dazu sagen. Startelf interessant gewesen, gut fand ich, dass Mafropanus, also gut ist interessant, dass Mafropanus eben für Zagadou wieder drin war und dann eben auch Silas vorne im Sturm war zum Beispiel. Mio wieder auf der Bank, überraschend, auch Kutibali auf der Bank. Was wir gemerkt haben, Childias oder Childias, wie auch immer, hat einen geilen linken Fuß. Das ist eine Waffe, absolut. Sosa trifft genau zum richtigen Zeitpunkt, da war Köln ein bisschen besser am Spiel, genau zum richtigen Zeitpunkt, macht er den Traumfreistoß zum 2 zu 0 rein, weißt du, Woche davor, davor noch ans Lattenkreuz gejagt, das Ding, diesmal perfekt drin. Dass wirklich absolut alles an dem Tag ging, haben es, glaube ich, auch so im Stallion-Vlog gesagt, dass alles an dem Tag ging, ist einfach das perfekte Zeichen, eben mit dem Kutibali-Treffer. Direkt nach der Einwechslung trifft das Geburtstagskind zum 3 zu 0, auch ein geiles Zeichen nach, alle umarmt auf der Bank, da ist ein Team da, weil auch Mio kam rein. Kutibali ja auch oft kritisiert worden von Labbadia, so Trainingsarbeit und so weiter, beide reingekommen, beide auf der Bank gewesen, beide gespielt dann auch, wir sind ein Team, das war ein gutes Zeichen und zum Glück kein entscheidendes Thema geworden, aber auch ein kleines Thema, also Skiri hätte 100% mit glattrot vom Platz müssen, wurde nicht überprüft oder nichts, hat nur gelb gesehen, ganz wilde Nummer, wie gesagt, zum Glück überhaupt nicht spielbeeinflussend. Stimmung war brutal, Stimmung war brutal, gerade am zweiten Halbzeit war es grandios, war wieder euphorisch, einfach auch schön, Ovi ist da schön gesungen, eine Abwehr aus Granit, einfach schön gewesen, so sei mal Frau Panos auch in der Kicker-Elf des Tages gewesen und dazu natürlich am Ende auch noch die VfB-Fairplay-Aktion zu erwähnen, 56.000 Euro wurden da in Summe gesammelt, für die Hilfe für die Erdbeben-Katastrophe, sehr, sehr stark. Dias und Taraguchi, die beiden Wintertransfers, die beiden Winterneuzugänge und finde ich, sind es mal wert anzusprechen, weil bekannterweise beide haben ja quasi schon Hate abbekommen, bevor sie überhaupt da waren, so als die Gerüchte aufkamen, so, oh Gott, warum holst du jetzt so einen Alten aus Union und so einen, sag mal Söldner oder so, einer halt, ja, Wanderspielermäßig ist, warum holst du ein und sowas. Und bisher bestätigt sich, logischerweise, auch glücklicherweise, ne, aber es bestätigt sich aktuell, dass beide stabil abliefern, beides aktuell Stammspieler, gerade Haraguchi ist eigentlich fast nicht mehr wegzudenken, neben Endo im Mittelfeld, vielleicht auch tatsächlich, habe ich irgendwo gelesen, Kommentar fand ich ganz interessant, vielleicht ist tatsächlich Haraguchi das, was uns so ein bisschen fehlt, jetzt seit einem Abgang oder eben der Nichtverlängerung von Gonzalo Castro, ganz interessanter Gedanke eigentlich, ähm, Diaz, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, der linke Fuß, brutal, ähm, beide ja auch wenig gekostet, ne, mit etwa einer Million, bei Diaz gab es auch nochmal neue Infos, laut dem Kicker kommen da erfolgsabhängig nochmal 1,15 Millionen obendrauf, also so Bruni-Zahlungen halt, und sollten wir ihn verkaufen, äh, gibt es auch 20% Weiterverkaufsbeteiligung für seinen Ex-Club. Brudelei Werle, war hier auch eine kleine Empfehlung, der Podcaster hat nämlich eine Stunde mit, äh, mit Nachspielzeit auch, so ein extra Ding quasi, äh, mit Alex Werle gesprochen, äh, unter anderem auch interessant, dass wir laut Werle im Winter für drei Spielerangebote im zweistelligen Millionenbereich abgelehnt haben, klar, Dinos Sosa, Frage ist, wer ist der dritte, vielleicht sogar tatsächlich Hiroki Ito, kann ja sein, äh, äh, gibt es ja auch gerade aktuell Gerüchte, dass, dass wir da scheinbar irgendwie schon konkrete Angebote vorliegen haben für den Sommer, auch, dass ein Dinos im Sommer natürlich auch wieder hoch im Kurs steht, dass er wechseln könnte, äh, ist ein anderes Thema, ähm, man habe seine Hausaufgaben gemacht bei Labbadia, mehr hat er nicht kommentiert, äh, aber es klang schon so raus, was ja auch noch einfach mal geschrieben wurde, dass wir da glaube ich, ja, wenn es nicht läuft, da auch recht billig wieder rauskommen aus dem Labbadia-Vertrag, sag ich mal, und auch im Pod Cannstatt von der STZ-STN ging es kurz um Werle in Bezug auf diese T-Online-Geschichte, die wir auch hier besprochen hatten, ähm, und eben auch in dem Sinne, dass man da auch deutlich besser rauskommen würde, hätte man eben früher, äh, hätte man früher auch veröffentlicht, also zeitlich früher veröffentlicht, in diesem Sinne von, damals gab es ja auch schon wilde Artikel, zum Beispiel dieses Hausauf Cannstatt, und damals hat man scheinbar auch recht gut hinbekommen, mit denen halt abzusprechen mit der Zeitung, und das eben hinzubekriegen, dass der nicht mehr online ist, der Artikel, damals wurde aber eben nicht quasi direkt reagiert, direkt die Online-Artikel und direkt Stellungnahme von wegen, wir finden das nicht okay, sondern da eher im Hintergrund, da kann das richtig mitbekommen, hätte man damals schon so öffentlich damit agiert, dann wäre vielleicht das heute auch nicht mehr so auffällig, oder halt, ja, Teil des Ablaufs, wie man es halt so macht beim VfB, und ein bisschen seriöser, äh, und die Themen würden vielleicht, was das angeht, was so Pressartikel angeht, und der Umgang damit, äh, nicht so groß gemacht werden, wie es aktuell tut, hätte man eben auch damals schon veröffentlicht, wie man damals umgegangen ist, dass man eben mehr oder minder das Gleiche gefahren ist, und auch da souverän agiert hat, so würde man heute ein bisschen souveräner wirken, tut das aber nicht, und natürlich am Ende nochmal hier der, äh, Shoutout an Brudelei, gerne die beiden Podcast-Episoden anhören. Polizei Baden-Württemberg, und die haben dann wieder für Aufschrei gesorgt, rund um den Spieltag, weil die Art und Weise, wie beim VfB Stuttgart, in Stuttgart, wie auch immer, mit unseren Auswärtsfans umgehen, äh, ist es einfach nicht so. Das hat sich jetzt immer wieder herausgestellt, im letzten Jahre auch schon, letztes Jahr haben sich die Köln-Fans gegenseitig fast erdrückt beim Einlass, vor dem letzten Spieltag da, und diesmal kamen halt etwa 500 Leute nicht mal bis zum Stadion, ne, wurden gestoppt in Weiblingen, Busse wurden festgehalten, sollten überprüft werden, das wollten die Fans nicht, weil ihnen halt irgendwo auch klar war, dass das erstens natürlich auch zu lange dauert, ne, wenn man nicht, wenn man, dass man nicht mehr rechtzeitig ins Stadion kommt, wenn das passiert, ähm, laut Artikeln hieß es, so etwa um 14 Uhr wurden sie quasi festgehalten, rausgezogen, und so um 14.50 Uhr sind dann, äh, die, die Busse zurückgereist nach Köln, äh, gibt es natürlich jetzt einige Sichtweisen darauf, einmal kann ich natürlich sagen, yo, lasst euch untersuchen, wenn ihr quasi nicht zu befürchten habt, dass man da irgendwas finden könnte, ne, ist ja klar, ein Bus hat es auch getan und kam noch zum Stadion scheinbar, andererseits eben auch wieder dieses Ding von der Thematik Generalverdacht, so, und eben auch Begründungen mit Aktionen aus älteren Spielen und sowas, ist ja alles sehr vorgreifend und sehr verallgemeinernd von der Polizei, und da stehen auch irgendwelche Leute gefühlt mit Maschinenpistolen rum am Auswärtsblock, Fußballfans werden gefühlt echt wie die größten, keine Ahnung, größten Terroristen teilweise behandelt von der Polizei, das ist schon ziemlich wild, was so die Vorkehrungen angeht, ähm, und dazu eben auch, Ampfiff ist 15.30 Uhr, so, wenn du die um 14 Uhr rum in Weibmann rausziehst, dann irgendwie fünf, sechs Busse überprüfen willst, dann ist von Anfang an klar, dass du da nicht mehr wirklich pünktlich, wenn du überhaupt noch irgendwie zum Spiel kommst, so, das wird auch polizeiklar gewesen sein, wenn man die rauszucht, da weiß man schon auch, was man tut, auch zeitlich, ne, deswegen schwierige Situation, aber ganz klar ist, wir behandeln unsere Auswärtsfans hier absolut nicht in Ordnung in Stuttgart. Der Turnaround, und vorm Spiel hing unten an der Kanterkurve dran, fangt endlich an zu gewinnen, das haben wir auch getan, und dann eben auch noch zu Null. Das erste Mal seit April 2021, absolute Rekordserie, 31 Heimspiele am Stück haben wir immer im Gegentor kassiert, Platz zwei hinter uns im Rekordbuch, hat, glaube ich, 18 Spiele am Stück, das ist unfassbarer Unterschied, diesen Rekord wird uns so schnell keiner mehr nehmen, wenn überhaupt irgendwann uns den nochmal nehmen, diesen Heimrekord mit Gegentoren, ist uns scheinbar auch die beste Platzierung jetzt tabellarisch seit dem zehnten Spieltag, was einerseits natürlich schön und gut ist, aber andererseits natürlich auch einfach traurig, laut den X-Goals-Werten bei der Bundesliga hätten wir unter Labbadia auch schon sieben mehr Punkte holen müssen, eigentlich, ne, X-Points, X-Goals und so weiter, Schiedsrichter immer so ein Ding kurz noch anzusprechen, interessanterweise nämlich da auch die letzten vier Spiele am Stück, haben alle Schiris eine 4,5 bekommen vom Kicker jeweils, das ist halt auch wirklich alles andere als gut so und bleiben aber jetzt mal beim positiven Mindset, einen Fluch gibt es noch, einen Turnaround gibt es noch zu tun und das ist das Thema Auswärtssiege, erster oder letzter Auswärtssieg seit Dezember 2021, so lange ist der schon auch wieder her, dieser Fluch, das Ding umzudrehen, steht also noch aus, also wenn dieser Turnaround komplett werden sollte, diese Flüche quasi zwei am Stück beendet werden sollten, dann braucht es jetzt einen Sieg auf Schalke und dann wäre natürlich auch noch alles sehr, sehr viel wichtiger, wenn man eben schaut, dass man danach eben gegen die Bayern spielt, danach auswärts Frankfurt kommt, deswegen, vielleicht war dieses Köln-Spiel, tut ja auch jedem Sportler gut, aber die auch noch auf der PK gesagt, jedem Fußball tut es gut, mit des Erfolgserlebens, man hat die Spielfreude gesehen nach dem 2-0, als man mehr oder minder schon sicher war im Spiel, eben einfach ein bisschen einfach Spaß haben und zocken konnte gegen Köln, vielleicht war das wirklich der Turnaround, hoffen wir mal drauf. Schalke 04, unser Gegner, der große Traditionsverein und gleichzeitig eben auch der aktuell Tabellenletzte, sechs Punkte trennen uns, aber letzte vier Spiele kein Gegentor haben sie sich gefangen, gute Unschieden dabei gewesen, dagegen auch bessere Teams an und für sich, oftmals trotzdem, zum Beispiel Wolfsburg vor allem zu Hause, näher am Sieg gewesen als jetzt an der Niederlage, also gute Unschieden wie gesagt, gleichzeitig aber eben auch vier Spiele kein eigenes Tor geschossen und so, die haben jetzt so einen doppelten Weg, auch was so die Berichterstattung angehen wird nach dem Spiel, wenn es ein Unschieden wird, wenn es ein Sieg wird, dann heißt es wieder, ja, fünf Spiele ungeschlagen, wenn sie verlieren, dann heißt es eben auch wieder fünf Spiele sieglos, ne, so schnell kann man sich so ein bisschen das Bild malen, haben aber definitiv eine Stabilität gefunden, besser unter Reis zu 100%, das ist kein Selbstläufer gegen Schalke, so, ganz klar, und für die Schalker stehen es auch entscheidende Wochen an, bis zur Lernenspielpause eben uns zu Hause, danach geht es nach Bochum auswärts zu Hause, das Revierdouble gegen BVB und dann nochmal auswärts Augsburg, also harte und extrem entscheidende Wochen für Schalke, für den Samstag fallen einige Spieler aus, auch ein paar Stammspieler fallen aus, mehr zu Schalke natürlich im Talk-Video mit dem guten Cedric vom Schalke-Corner, das gerne abchecken. Aufstellung, es gab heute Mittag wieder die PK, ist ja ganz klar, auch schon davor gelassen bei Infos zum Kader, nämlich Stenzel fällt kurzfristig aus, so zwei Wochen grob, vielleicht ein bisschen länger, Muskelfaser ist im Oberschenkel, aber scheinbar nichts allzu wildes, laut dem Kicker, Fick-Gerasi dem VfB noch zwei Wochen im Training, heißt auch am Ende des Tages, wenn er erst dann in drei Wochen einsteigt ins Training, könnte mein Gedanke, meine Überlegung von ein paar Vorberichten durchaus passen, dass er eben mehr oder minder genau perfekt nach der Länderspiepause wieder zurückkommt, wieder in Startelf oder im Kader stehen kann. Tomasch, wieder eine Option für die Bank, laut der PK, Pretlow wird spielen, aber die hat damals das Verhältnis zwischen Müller und Pretlow auch gelobt zwischen den beiden Torhütern, das sei gut, und damit gibt es eigentlich für mich keinen großen Anlass, irgendwas zu ändern, wie sagt man so schön, Never Change a Winning Team, also Schnelldurchlauf, Pretlow, Sosa, Ito, Dinos, Anton, der mir auch auf rechts immer besser gefällt, oder was heißt besser gefällt, er macht natürlich nach vorne nicht so viel, manchmal ein bisschen schwierig aus nach vorne, aber der Mann ist mit Leidenschaft dabei, kämpferisch dabei, das ist schon in Ordnung mittlerweile, auf rechts da hinten, dann eben natürlich Karasso, Endo und Taraguchi, und vorne Führig, Silas und Hill, Diaz. Prognose, und hier schwingt natürlich Optimismus aus dem Sieg gegen Köln mit, aber eben auch so ein bisschen VfB-Vergangenheit, sag ich mal, bei einerseits sollte man meinen so, dass jetzt, wie gesagt, Stichwort Turnaround von vorhin, dass wir jetzt abliefern können, so, dass, dass jetzt was geht, dass man jetzt die Flüche beendet, gute Serie starten könnte nochmal, andererseits war es aber eben auch schon oft so, dass eben gerade auf gute Spiele, dann enttäuschendes Spiel gefolgt ist, zum Beispiel genau diese Phase, die wir in der Hinrunde hatten, ein absolutes Kackspiel, so aus dem gegen Schalke ist 1 zu 1, danach war es der Top in München, holst du einen 2 zu 2, in die Woche drauf, hast du es nicht mitgenommen, und hast wieder ein Kackspiel gemacht gegen Frankfurt zu Hause, so ein Ding halt, Schalke ist defensiv stark, aber eben offensiv schwach, wissen wir auch mittlerweile, wird trotzdem ein Boll weg da hinten, es wird eine absolut grandiose Stimmung am Samstag, ich habe extrem Bock, mir das anzuhören, hoffe und glaube auch, dass es über den Fernsehton, über Fernsehbilder, wie auch immer, alles gut rüberkommen wird, ausverkaufte Hütte, auch der Ausgangsblock, so 5.000 bis 6.000, dabei richtig geil, mein Bauchgefühl sagt halt trotzdem echt, wir haben auch schon im Vorbericht, oder wir haben auch schon im Talk, dass das nächste Unentschieden wird, so, wir haben seit 2013 keinen Sieg mehr dort geholt, seit so 21 im Dezember, wie gesagt, kein Bundesliga-Sieg auswärts mehr generell von uns, vielleicht auch deswegen, der Glaube, limitiert das, sag ich mal, an einen Auswärtssieg ganz generell, ein Punkt würde auch uns eher passen, eher in die Karten spielen, als Schalke, ist klar, für Schalke ist ein absoluter Pflichtsieg so, bleibt natürlich aber auch trotzdem für uns, ein klares 6-Punkte-Spiel, so ein Sieg wäre brutal wichtig, wie gesagt, weil du eben auch danach die Bayern zu Hause, also nach Frankfurt auswärts hast, wo normalerweise auch eher weniger geht, was Punkte angeht, interessant, auch alle Kandidaten im Abschließkampf spielen vor uns, also wir sind quasi auf dem neuesten Stand, wenn es dann Samstag 18.30 losgeht, und ich tippe trotzdem, ich muss ja optimistisch sein, trotzdem auf 0 zu 1, auf Schalke, es wäre so dermaßen wichtig. Sondertrikot Wolfsburg, weil nach Schalke, Bayern und Frankfurt, folgt noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg, danach, wie gesagt, die Länderspielpause, und eben für dieses Spiel gegen die Wölfe, gibt es ein Sondertrikot beim VfB Stuttgart, auch schon mal durchaus ein gutes Omen, gewinnen ja meistens immer in Sondertrikots, oder wahrscheinlich gefühlt noch nie verloren in den Dingern, gegen Wolfsburg generell, ist für mich auch ein Heimsieg Pflicht, so wenn da so ein Team wie Wolfsburg kommt, das muss, da muss was gehen, aber Fokus aufs Trikot, es ist wieder ein Vielfaltstrikot, Regenbogenfarbe hatten wir schon mal in einem weißen Trikot eingebaut, quasi diesmal ins Schwarze, es ist quasi, wenn man den ersten Trailer sieht, es ist quasi das dritte Trikot, auch die Musterscheine noch drauf zu sein, nur eben das, all das, was eben normalerweise schwarz-grau ist, ist eben das Grau ersetzt durch Regenbogenfarben, also schwarz und die Regenbogenfarben, und das sieht schon sehr, sehr geil aus. VfB Ticketbörse, und hier spiegelt einfach mal ein kurzes Video ein, das die Kollegen mir geschickt haben. Wir, die Ticketbörse VfB Stuttgart, von Fans für Fans, uns gibt es auf Facebook und auf Instagram, wir setzen uns ein für einen fairen Handel, und ganz, ganz wichtig, wir haben ein starkes soziales Engagement für den Förderkreis in Stuttgart, für krebskranke Kinder, da haben wir schon mehrere große Aktionen gestartet, und würden uns freuen, wenn ihr einfach mal bei uns vorbeischaut, vielen Dank. Also auf jeden Fall eine schöne Seite, auch mit schönen Aktionen, da checkt ihr gerne mal ab, wie gesagt über den QR-Code, oder eben auf Instagram, oder Facebook. Und dann hier wie immer noch der gesamte Spieltag getippt, natürlich am heißesten für die Bundesliga generell, so für Titelkampf und so natürlich Bayern Union, ganz klar, aber für uns noch heißer, noch interessanter natürlich, Hertha gegen Augsburg am Wochenende. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, ja ich sag mal zu 99% in dem Stream am Samstagabend, mit Nonstop-Puls, Nonstop-Anspannung, wird ein sehr wildes Ding. Bedankt für's Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.